Hallo? Duschen? Affenkot. Das Bad der Zukunft. Tschüss. Das Bad der Zukunft. Das Bad der Zukunft. Seines Versagens und seiner Selbstjustiz in Form von bedingungsloser... Nee, was? In seiner... Du, einen Text. Achso, genau. In seiner was? Kein Punkt, Komma. Als Ausdruck der Erkenntnis seiner Schuld... Nee, auf dem Komma machst du da Punkt, ist mir egal. Naja, das ist schon grammatikalisch inkorrekt, wenn du keinen Punkt... Das Ausdruck der Erkenntnis seiner Schuld, seines Versorgens, zu seiner Sühnebereitschaft in Form bedingungsloser... Ja, das ist komplett richtig. Ja, Sühnebereitschaft ist das Wort, was mir gefehlt hat. Ja, aber es ist synchronisch. Dann nehmen wir den auch nochmal auf. Dann haben wir alle recht. Ja. 2, 1, die erste... Das war knapp. Bleib mit dir stehen. Moment. Läuft. 2, 53, 3. Zapp. Ich brauche das weiße Tape. So geil. Das ist die Motorrad-Szene am Strand. Wenn ein Auto ist, könnte ich hier hinhocken, oder? Ja. Dass du die Tasse kommst zurück. Ich reinige die Asche des Bademantels, damit es nachher wieder wunderschön und glänzend aussieht. Ich töpfe auch gerne, sonst mache ich Seidenmalerei, aber das ist eigentlich auch schon viel schöner, sowas zu machen. Das geht von euch, wenn ich versuche mit der Zunge, dann kann es gehen. Kuppel von mir ist mit dem Piercing der Wachstum. Nein. Vom Rohr, ja. Ja. Das ist eigentlich cool. Dann hat er das Ding neu und dann hat er sich da so zurückgelehnt und auf einmal hängt er drin. Dann hat er wie Chewbacca geschrien. Das war ein fantastisches. Scheiße. Richtig geil. Holt sich hier raus. Ich werde von einem verrückten Film anzulfen, die ganz bald schriffelnden Gefangenheit. Sie zwingen mich dazu, unterhänden zu tragen. Einfach so. Ich will nicht, dass das bei der Kunde Kalle läuft. Du bist gefeuert. Ach, du feuerst mich? Nichts Stück. Und das mit deiner Tochter tut mir leid. Ja. Das ist Sau. Ja, ich kenne es schon wieder. Jonas, komm mal mit der Dings hier rüber. Hi. Was ich schon immer mal sagen wollte. Ich bin da nur ein kleiner Junge, der in meinen Arm genommen werden möchte. Normalerweise filmst du mich immer, wenn ich ihn ausziehe. Oder sollte ich besser sagen, Mr. Bond. Boah, kannst du mich ganz schnell nach Hause fahren, Leute. Wie spät haben wir es denn jetzt? 20 vor. 20. Oh ja, Tape ist drauf. Das ist übrigens ein ziemlich geiles Tape, muss ich wirklich sagen. Ist doch normal. Das ist wirklich ein ziemlich geiles Tape, Alter. Schon mal sagen.